Nein, du sollst mir ein kreatives Intro überlegen, aber es ist so kompliziert immer. Nein, du hältst die Klappe. Willkommen bei einem Typen, dessen Körper glaubt, dass man schlafen kann, wenn man gestorben ist und er seinen Arbeitskollegen alles zutraut, außer Treppen zu laufen, Türen zu benutzen oder Maschinen zu bedienen. Wir spielen heute Indergar, aber bevor wir loslegen, würde ich euch darum bitten, ein Abo darzulassen und zumindest einen Kommentar und dieses Video bis zum Ende anzugucken. Nein, schaltet keine Werbung, weil mich YouTube-Copyright so oder so vergewaltigt. Und jetzt würde ich sagen, drücken wir auf Play. Julia, deine Tochter wurde gekidnappt im Apartmentgebäude La Hacienda. Ja, komm, wenn du sie retten möchtest, aber ich warne dich, wenn du mit jemand anderem aufgottst oder mit der Polizei sprichst, werde ich sie umbringen. Ich sehe dich dort in einer Stunde. Okay. Hab ich jetzt eine Stunde Zeit, YouTube-Videos zu gucken? Nein, auch nicht, fuck. Es ist zu dunkel, ich sollte einen Weg finden, das Licht wieder anzuschalten. Es werde Licht offenbar. Okay, wo kann ich jetzt hier überall rein? Ein Hase. Er gehört ihrer Tochter. Ich mag Hasen nicht. Ich möchte sie verbrennen und dann noch ein paar Würfel draufwerfen und dann essen. So. Ich hoffe, dass man meine Ration gegenüber diesem Hasen veräußert. Nummer 1. Du sollst den Klempner rufen. Das, ey, das gehört nicht unbedingt. Eine Toilette. Ich will da rein. Dann halt nicht. Das Geräusch der Toilette. Warum ist er jetzt dort unten? Wer hat jetzt diesen Knopf gedrückt? Ich mag diese Person kennenlernen. Der kann dir einen ganz guten Humor. Zeit ist auf meiner Seite. Also Zeit ist auf deiner Seite. Nee, ich bin philosophisch, weil es Zeitrelativ ist. Wieso müssen die überall Beschriftungen sein? Vor allen Dingen hatten auch alle Leute dieselben Möbel, die hier gewohnt haben. Und da wollten Leute nicht ausziehen und haben einfach den Weg verbargadiert. Was hier drinne. Nein, Nummer 3. Da komm ich mir drehen. Ein Zettel blockiert mein Weg. Verdammt. Honig. Nein, Scherz. Hase. Honig. Ja. Ich ging um das Loch in der Wand von dem Typen aus Apartment Nummer 1 zu reparieren. Er versteckte es mit einigen Büra-Regalen. Dieses fällt so einfach um. Der Mann ist sehr komisch. Er hat drei Medaillen von einem Nachbar geklaut und hat sie in seinem Schlafzimmer versteckt. Und warum Leute wie sie immer da leben, fragen sich die Nachbarn, wenn bei mir der Ansicht von mir auch immer wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Was bist du? In der langen Metallstange? Fresse. Das ist nicht mein Kabel, also Kmaul. Aua, das hat sehr laut geknackt. Sollte ich auch nicht so laut knacken. Hm. Brauchen wir drei Medaillen. Was? Hä? Stopp. Spiel. Spiel. Hallo? Der Moment, wenn das Spiel, das du spielst, abschmiert. Und du es neu starten musst. Yay. Und du deinen ganzen Tag um Blurr gemacht hast, because of. Spiele. Markus spracht von einem. Lauf hinter diesem. Egal. Boah. Wann fällst du auf einmal um? Wie? Das ist ziemlich gut. Drei Medaillen. Ich bin jetzt gerade übertrieben, ich bin erschrocken, weil das Ding am Anfang nicht umkippen wollte und dann auf einmal schon umkippen wollte. Und ich nicht umkippen wollte. Und alles andere umkippen wollte. Yay, ich mag umkippende Sachen. Meine Frau hat mich diesen Morgen verlassen. Meine Tenniskarriere ist vorbei. Mein Nachbar hat all meine Medaillen genommen. Aber das juckt mich nicht. Diese zweite, dritte und vierte Platzmedaille erinnert mich nur, wie unglaublich unnützig bin. Na, ich bin mir sicher, niemand ist besser als dich. Ich bin der Meisterlentierte und der Beste. Zwölf Sekunden später. Samuel, ich bin gelangweilt von deinen Offenses und so. Ich liebe dich. Und ich will, ich werde dich immer lieben. Aber ich kann nicht mit dir länger zusammen sein. Ich weiß, diese Medaillen sorgen dafür, dass du dich schlecht fühlst. Ich verstehe nicht, wieso du dich so schlecht fühlst, wenn ich sie in den Metallrahmen getan habe. Du warst vierter Platz, zweiter Platz und dritter Platz. Niemals der erste. Du warst niemals der beste bei irgendetwas. Du warst nicht mal ein guter Mann. Ist... War kurz. Kann ich jetzt diese Medaillen da reinlegen? Was? Okay. Er war doch zuerst der vierte, der zweite und der dritte. What the fuck? Was habe ich jetzt schon wieder kaputt gemacht? Stopp. Noni. Noni. Hallo? Hilfe? Irgendjemand? Rettet mich. Ich will nicht mehr. Tschüss. Ich bleibe jetzt hier drinnen. Ich gehe. Tschau. Bye, have a great time. Haasi ist weg. Oh mein Gott, Haasi ist weg. Als Frau meine Augen weg teleportiert, also bitte spiel. What the fuck? Ähm... Aua? Fragezeichen? Was war das gerade eben für eine Aktion? Caffee. Wach auf, wach auf. Es wird zurückkommen. Es möchte dich foltern. Du musst dich beeilen. Du hast nur ein paar Minuten, bevor es wiederkommt, finde das silberne Amulett, bevor die Zeit rausläuft. Und dann werde ich dieses komische Ding nicht mehr finden. Und wird dir nicht mehr wehtun. Sagt sie, dass du auch als du den Test bestanden hast. Aber es ist wieder gekommen. Und es hat mir wieder wehgetan. Wer bist du? Deine Stimme, Familie und so Bullshit. Es ist keine Zeit dafür. Simba Amulett, Zeit weg. Tschüss. Bye. Ich mag solche Beschreibung. Kurz und knackig. Oh shit, oh shit. Wer kennt's nicht? Ihr habt auch immer wieder, wenn der Chef kommt, sagt, du musst einfach so und so schnell ablegen. Efach so. Dass der Ohr in der Uhr erscheint. Wer kennt's nicht? Ich kenn's. Nein, aber da muss es ein Kompliment an meinen Lehrmeister geben. Props. Ich mag meinen Lehrmeister. Er ist aus Weinsicht der gechillteste aller Lehrmeister. Ich kann ihn unglaublich gut leiden. Er ist freundlich. Ich mag freundliche Menschen. Okay, silbernes Amulett. Du bist kein Silbermes Amulett. Okay, denn da ist kein Silbermes Amulett. Ich kann ihn mit diesem verdammten Amrrein. Dann auch wieder was. Allmatt, 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 allmatt. Ich fett auf die Uhr da weg. Fax, funktioniert nicht. Das wilde Tasten drücken hat versagt. Und nein, ich spiele nicht auf meine Mechanismus. Ich schätze, um mich vor euch einzuholen. Ich will mir das lieber ein paar DZB-Trimer zu klatschen. Damit ihr keine Gehörer schützt, dann muss nur nicht meine Videos zu einem funktionieren. Okay, Julian. Atmen musst du schon noch. Der Körper sagt zwar, du kannst noch schlafen, wenn du tot bist. Aber atmen sollst du im Hier und im Jetzt. Warum hat man alle dasselbe gefressen überhaupt? Warum hat man sich Hase vor meiner Nase weg teleportiert? Konnte Hase nicht einfach bei mir bleiben? Die Zeit ist auf deiner Seite. Ich sehe es, wie sie auf deiner Seite ist. Sie ist oft in der Mitte. Also ist sie auf keiner Seite. Sie ist neutral. Fällt das Regal wieder um. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Nein, das Regal fällt nicht noch mal um. Kann ich den Strom wieder ausmachen? Kann ich Hase wieder haben? Nein, kann ich offenbar nicht. Jetzt muss doch diese Medaille sein. Ist sie hier drinnen? Noch eine halbe Minute. Was kommt passiert denn überhaupt? Was wollt ihr mir noch antun? Hab sowieso schon. Keine Ahnung, wie viele Minuten meines Lebens verschwendet. Übrigens wollte ich mal darauf hinweisen, die Spiele ist eines der lautsten Spiele, die ich jemals spielen durfte. Na, fuck. Ich würde sagen, beim Pretty Toad Ich habe das Gefühl, dass da was erscheint, wenn ich mit der Taschenlampe mal wegleuchte. Ich bin die Ruhe selbst. Try me, Daddy. Try me. Vor allem, warum läuft der Katastrophenalarm? Oh, hi. Du, mit deinen klingenen Händen. Wo ist er gespawnt? Wie ist er aus der Toilette zurückgekommen? War es der Typ vom Anfang? Vielleicht konnte man deswegen seine Arme nicht sehen. Und als er ganz drinnen war, kam er ganz verkrüppelt wieder raus. Ich sage doch, zu viele Putzmittel ist nicht gesund für euch. Okay, ich hatte gerade einmal das Spiel schon wieder abstürzt. Das Spiel scheint nicht so stabil zu sein. Aber es sieht gut aus. Ich wette, da drinne ist die Unterspielsauce und Oh, der Typ ist wieder da drinne. Ich will ihn jetzt alleine runterspülen. Ich will da alleine runterspülen. Ja, Leute, die Toilette runter. 2010 oder 2070. Das ist hier die Frage. Was ist da oben etwas? Kann ich da irgendwie hin? Kann ich die Tür da aufmachen? Okay, wo ist das Medallion? Hier ist kein Medallion. Ist überhaupt irgendwo ein Medallion? Das wäre noch ein fucking Troll vom Spiel. Wir haben nur gesagt, du musst ein Medallion suchen, aber es ist hier gar kein Medallion. Und es ist hier gar kein Medallion. Weil verdammte Asozial-Troll-Saint. Haha, wir sind so lustig. Guck, 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 guck. Fuck. Liebe Kinder, wenn ihr das im echten Leben hört, rennt ihr mal auf das Leben. Ich soll es vielleicht mal vormachen. Also, warte ich hier. ist das Hasen mit einer Kettensäge, oder war? Warum zum Teufel hat der Hasen der Kettensäge? Muss das einfach Raum für Raum für Raum? Du, was bist du? Du, was bist du? Oh, Silber ins Amulett. Jetzt aber was? Was jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Muss das jetzt hier hinhängen? Soll das jemand an den Kopf werfen, damit er einen Schnitt schön in der Stirn drin hat? Eine Schönheits-OP für Groß und Klein. Nein. Muss ich jetzt gehen? Äh, nein, da gehe ich nicht lang. Ich gehe doch definitiv nicht hin. Es ist ein Fakt, ich gehe doch nicht hin. Ich lasse die Zeitablaufung, guck, was passiert. Ob Hasen mir versuchen, mit zwei Gewaltungen oder so ein lustiges Zeug. Ich versuche, mir den echten Hasen zu zeigen. Bleibet Hasen, ich versuche mir einen richtigen Angriff den Hasen zu zeigen, mit so einem richtiges Karnickel. Ich bin richtig vertraut. Das ist Hasen. Hasen steht einfach dort. Ich war um das Feindet. Ich gehe da trotzdem nicht hin, Hasen. Denn ich weiß, dass Hasen nicht gut zu mir ist. Denn wenn der Hasen so dasteht, und er vom Lacketensäge umgebracht hat, dann gehe ich nicht zu Hasen. Das ist logisch. Okay. Ich lebe. Soll ich jetzt wirklich zu Hasen runtergehen? Hallo, Hasen. Was fühlst von mir, Hasen? Also, du machst eine Tochter. Sie gehört mir nicht genau. Du bist so schlecht. Sie hat eine bessere Mutter verdient. Du wirst mich töten müssen, damit du sie wiederbekommst. Ich warne dich. Ich bin nicht einfach zu töten. Sag ich auch immer. Und danach bring ich sie alle um. Und jetzt? Was ist denn? Gibt es jetzt einen epischen Boss-Fight zwischen Hasen und mir? Lauter... Nein, gibt es nicht. Schade. Dann mache ich halt die Ab-Moderation. Also Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ist doch ein Daumen nach oben. Ja, wenn noch keine KfG-Botsamen, wer zu einer. Und abonniere mich. Und ich freue mich natürlich über deinen Kommentar. Und wenn du das nächste Mal einschaltest, bin ich auch glücklich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace out. Bis zum nächsten Mal.